bampf so schnipp saguta noch mehr butter noch mehr butter noch mehr butter gut dies jetzt erst mal beschäftigt denn was haben wir schon ich denke das dürfte ich auch hinbekommen mal sehen jetzt ist ja generell mal die frage ich habe hier ganz viel zeug für butan haschöl angepflanzt da wird ja so viel nicht mehr übrig sein was war sonst noch die story mission das habe ich genau kiev ich sollte eher kiev produzieren wenn ich 18 mal kiev brauche ich 9 ja gut das wird dauern dann mache ich vielleicht ich weiß nicht i don't know what i should do now warte mal gucken wir mal was die lampe ist fertig pump so ja 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 hör auf ich könnte noch mehr lampen upgraden aber jetzt schauen wir erst mal welche lampen eigentlich das ist level 4 ich habe mich doch letztens gefragt wie es gab eine lampe bei der wusste ich nicht wie das nächste level aussieht vielleicht war es level 5 ja level 5 war es weil level 6 ist dieses weiße hier the white one ok pass auf wir machen jetzt folgendes ich repariere noch mal schlaglöcher vorausgesetzlicher platz ja habe ich und dann reparieren wir reparieren wir graden wir die lampe ab die level 4 ist um heraus zu bekommen wie die lampe von level 5 aussieht denn allmählich macht mich das etwas wahnsinnig weil ich nicht weiß wie die aussieht erst war glaube ich gold also erst war glaube ich gar kein lampenschirm dann kam der goldene dann der silberne dann der schwarze nee warte erst der schwarze dann der silberne also level 4 level 3 warte mal was ist der goldene der goldene ist level 2 genau level 2 level 3 level 4 also gold schwarz silber dann weiß ich nicht dann weiß rot und wieder silber ein generator okay das das war alles okidoki hat sich was geändert an der lampen situation nein ist aber auch nicht schlimm warte mal kurz hier brauche ich fünf ich habe sieben zwei und fünf sind sieben ja guck mal die kann ich dann die kann ich dann nicht upgraden wenn ich erst die mache weil mir dann erst die teile wieder fehlen dann muss die neugierde noch ein bisschen warten dann baue ich jetzt lieber erst die okay ja genau so dann werde ich jetzt als nächstes mal hier von einer abschneiden und dann hier von einer hat irgendwas davon naja gut ich habe sowieso nicht genug gegossen ja was ist denn das für ein quark wie kann denn das sein dass die eine so viel abschmeißen die andere so wenig obwohl ich die alle gleich viel gegossen habe ich habe sogar bevor ich die bevor ich das spiel geschlossen habe denn bei der letzten aufnahme konnte ich noch mal gießen da habe ich lümmel sogar noch mal gedrückt auch wenn also noch mal gegossen auch wenn das hier auf den aufnahmen gar nicht drauf ist habe ich einfach gesagt ich bin ein lümmel ich tue das trotzdem schnipp mhm ok also einige 13 haze falsch Und danach mache ich noch eine Sourdiesel und den Rest haue ich dann in die Apotheke. Butter! Kann ich noch mal Butter machen? Oder so? Ich könnte Mehl machen oder so, aber das lasse ich erstmal stecken. Schwapp! Oh! Fünf Dünger und zwei Diamonds! Danke! Das dauert mir zu lang! Zack! Und jetzt war es noch eine Sourdiesel! Das ist noch nicht wahr? Na guck mal! So und hier haue ich jetzt überall Afghani rein. Warum? Weil Vertriebszentrale! Ich habe nicht so Lust auf Kekse! Das ist noch nicht so! Das ist noch nicht so! Das ist noch nicht so! Ich könnte ja gleich mal so ein, zwei, das hier kann ich gleich machen und vielleicht das! Das sind so Dinge, die könnte ich auch mal machen! Und dann schauen wir mal! Und dann schauen wir mal! Ja klar! Ja! Mhm! Und es hat nicht gere... Aber guck mal, wie viel G13 Haze ich auf einmal habe! Na gut, komm! Dann machen wir hier nochmal eine Milch! Ähm... So! Und dann geht das! So! Schön! Aber wenn ich jetzt diese Mission erfüllen will, dann brauche ich mehr Platz im Lager! Ja, ich weiß!